hallo liebe leute und herzlich willkommen zum intro video zum einführungsvideo meines halloween spezial für den 31 31 oktober 2014 so kam was gesagt und schon erste sprachfehler muhaha ihr habt außerdem direkt die premiere meines nagelneuen intros gesehen also das chaotische intro ist natürlich abgewandelt für halloween es gibt auch eine normale version natürlich und ihr müsst keine angst haben das kommt jetzt nicht vor jedem einzelnen video das würde mich persönlich nämlich auch nerven sage ich ganz ehrlich aber es wird vor jedes projekt kommen das heißt wenn ein projekt nur ein video hat wie das hier das ist jetzt nur ein einzelnes video dann kommt da auch dieses intro davor wenn allerdings ich beispielsweise habe jetzt aktuell spiel ich amnesia machine for pics da würde jetzt jetzt nachträglich nicht mehr aber in der ersten folge würde am anfang die ein intro kommen nicht dieses sondern das normale intro und dafür die restlichen folgen nicht mehr aber das ist wirklich nur für die erste folge eines projekts aber nun zum halloween spezial selbst das interessiert euch bestimmt noch mehr und ihr fragt euch garantiert was habe ich darin für komische seltsame bilder versteckt wieso sage ich versteckt ja ich habe versteckt gesagt weil ich gerade sehe dass ich mit dem halloween spezial ein etwas versteckt habe etwas verdeckt habe besser gesagt aber egal ich sollte nicht nebenbei auf irgendwelche bilder schauen ihr seht links oben rechts oben und links unten einen screenshot beziehungsweise das zukünftige thumbnail für drei horrorspiele ziemlich kurze horrorspiele die ich letzt play und zwar für halloween die werden an halloween selbst hochgeladen als wirklich erst am freitag um 31 oktober nicht das hochgeladen ist freigeschaltet hochladen werde ich schon früher ich habe keine so schnelle leitung das ist am seinem tag noch machen kann aber da werde ich die alle in einem stück hochladen das heißt ein video habe ich schon fertig das dauert das muss ich überlegen eine stunde 20 ja das wird als ein video hochgeladen deswegen nämlich halloween spezial ich mache kurze horrorspiele aber die spielte für in einem stück für euch beziehungsweise in einem stück für euch hoch die könnt ihr an halloween genießen ob es bei den dreien bleibt die ihr da seht und ja ich habe bewusst die namen nicht dazu geschrieben da dürft ihr euch überraschen lassen ich denke links oben werden wird vielleicht der eine oder andere kennen rechts oben sieht man jetzt wegen dem halloween spezial nicht mehr aber ich sehe man sieht vom antagonisten noch den kopf wenn man genau hinsieht vielleicht kann sie jemand erraten das kennt ihr nämlich garantiert dieses spiel und links unten wird garantiert niemand kennen das ist ja das ist etwas aus der underground szene nenne ich jetzt mal weil ich weiß wie ich sonst nennen soll es muss nicht bei diesen dreien bleiben ich denke nämlich ich mache noch ein viertes ein viertes horrorspiel ich habe dann noch eins in planung ich könnte theoretisch sieben machen ich habe genügend zur auswahl ich habe mir genügend zurecht gelegt aber es wird bei diesen vier bleiben weil ich habe nebenbei noch meinen normalen projekte amnesia machine for pigs und wo man vtk space marine unter wo man vtk auch fast zu ende ist das nachfolge projekt muss ja auch noch aufnehmen also ich bin ja anderweitig auch ein bisschen verplant aber was euch bestimmt noch mehr interessiert als welche spiele denn da kommen ist die frage warum habe ich so unheimlich schlecht rechts unten bilder hinein editiert hinein gefügt also editiert kann man nicht sagen wir hinein gefügt warum ganz einfach das sind die vier rezepte die ich mir herausgesucht habe was das rezepte ja die vier ideen für halloween naschereien schnecks und die werde ich am ende eines jeden dieser videos deswegen denke ich es werden vier am ende eines jeden der videos werde dir eine kurze beschreibung der zubereitung dieser halloween schnecks für eure halloween party finden und in der beschreibung stelle ich euch außerdem noch eine textform dieser rezepte zur verfügung deswegen halloween spezial ich habe mir gedacht ja einfach nur horrorspiel spielen ist was schönes aber als normales projekt nee das muss man wenn dann schon als komplettes hochladen zu halloween tue ich aber auch das war mir ein bisschen zu langweilig deswegen habe ich mir gedacht was kann man noch machen halloween party aufpeppen wenn ihr denn welche wenn ihr denn eine habt deswegen diese rezepte ich hoffe euch gefällt die idee sagt mir doch was ihr von eben jener halt haltet nicht hält haltet und lasst mir noch ein wenig feedback da was ihr an sich von diesem halloween spezial denkt ob ich die idee gefällt ob ihr euch das ansehen werdet ja sagt mir einfach feedback ich hoffe ihr freut euch schon genauso darauf wie ich und verabschiede mich damit schon wieder von diesem informationsvideo von diesem intro video und wünsche euch noch eine schöne woche bis halloween ich bin euer kaotiker tschuuuus ich bin euer kaotik das ist ich bin cooled nicht